Die Pandemie hat den deutschen Arbeitsmarkt erschüttert, aber das große Beben ist ausgeblieben. Wir haben rund 500.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr, also als in der Vorkrisenzeit. Und ich will vorweg sagen, jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, die arbeitslos werden, sind ein Schicksal und eigentlich einer zu viel. Aber trotzdem ist es trotz der Tiefe der Krise gelungen, dass die Arbeitslosigkeit unter der 3-Millionen-Marke geblieben ist. Im Februar stand sie bei 2,9 Millionen. Vor dem Hintergrund der nach wie vor großen Unsicherheiten schlage ich jetzt vor, den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld zu verlängern. Er würde im März auslaufen. Mein Vorschlag ist, ihn bis zum 30. Juni entsprechend der pandemischen Lage zu verlängern. Die dazu notwendige Verordnung wird aktuell vorbereitet und soll noch im März im Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden. Die Ausbildungsprämie für die Unternehmen, die ihre Ausbildungsquoten halten, werden verdoppelt. Und auch die Ausbildungsprämie für zusätzliche Ausbildungsplätze werden dann auch nochmal verdoppelt. Es gibt außerdem ein Instrument, um Kurzarbeit gerade für Azubis zu vermeiden. Denn Azubis gehören nicht in die Kurzarbeit, die gehören in die Ausbildung. Alles funktioniert nicht in die bucks Потом. Dann sch resposta für Azubis zu vermeiden. Untertitelung des ZDF, 2020